einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video diesmal wieder ein angezockt da haben wir es not up games ach so der macht jetzt gerade was ich sage so jetzt können wir uns hier ein schwein auswählen ramboschwein kriegen wir erst mit verschiedenen punkten freigeschalten so wie es aussieht nennen wir das spiel starten klassischer modus pickwiss 100 klassischer modus kämpfen wir bewirken uns gar nicht die kommen automatisch auf uns zu okay noch mal kämpfen also wir brauchen also ich habe gedacht ich muss mich umdrehen aber nein was wieder nur vier okay WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. 19 ok so erst wenn ich 100 wölfe platt gemacht habe kriegt das nächste level sobald ich tot bin bin ich tot auch 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 Ja, 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 ja. 20. Das wäre ja nicht mal so schlecht. so eigentlich brauchst du ja nur die richtungstasten, so ja nur. So, jetzt haben wir da aber bald. Ah, jetzt habe ich den Korb nicht gefangen. Und noch eine Gold Trophäe. Aber wieso habe ich mich mit meinem falschen Konto angemeldet? Ja, noch 30, dann haben wir das nächste freie Schatten. Kriegen wir noch hin, oder? Ja. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich ohne kettensäger der ist neu jetzt hat er mich abgemogst highscore 25 ok und wir haben heute level freischalten das machen wir noch einmal und dann würde ich sagen ist da auch schluss für heute ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Erh! Erh-Erh-Erh! Erh! Erh-Erh! ah scheiße. war kurz vor 30. naja. also 500 muss ich ausschalten und 500 wölfe und dann kriege ich das freie schalten. das will ich ja gerne haben. aber ich habe null von 500. warum auch immer. ach so, jetzt hier in den levels. also ich brauche in dem piraten level. da habe ich, wenn ich das noch weitermache, dann kriege ich rambo. rambo-schwein wäre ja schon nicht schlecht. allgemein zumbischwein ist auch cool. ab 1000. 600 noch was. dann kriege ich den ninja. also da muss ich irgendwelche gegenstände benutzen. das ist damit. sieht ein bisschen aus wie sailor moon. also haben wir da schon ein. dann würde ich aber auch hier schluss machen. es ist wirklich ein kleines süßes spiel. es macht spaß. blut an. blut aus. die ist schon weg. so das soll es jetzt auch gewesen sein. ja nicht wundern meine tochter liegt hier neben mir. wenn es euch gefreut hat und gefallen hat, ein däumchen wäre ein träumchen. wenn ihr noch fragen habt, einfach in die kommentare posten. wir sehen uns im nächsten video. achso, von mir geht es natürlich einen daumen hoch. also es muss nicht immer geile grafik sein und geiler sound. einfach so etwas kleines. ein bisschen blutig, ein bisschen süß gemacht. kann auch sehr belustigend sein. ich weiß nicht ob der langzeitfaktor da gegeben ist. wir haben dann mal gleich gedrückt. aber man verbessert sich ja. aber auf jeden fall von mir. doppel daumen hoch. so. aber jetzt doch wirklich. schluss für heute. ich wünsche euch was. bis zum nächsten mal. hot da rein. ahoj. sagt euer odin.